Ah, entspannen. Verdammt! Ja klar, die haben einfach sich Zug geschnappt und versuchen mich jetzt auch auszuschalten. Was soll denn das? Ist das sowas wie bei Indiana Jones so? Ach, wir schnappen uns eine andere Lur und fahren den auf einem Nebengleis neben dem her, oder was? Hört auf euch zu ducken, ihr Schweine. Ey. Und dann kommt immer eine sich rettende Säule. Na komm schon, Täter. Hm. Mann, ey, ich hasse es. Schon wieder nichts getroffen. Immer nur vor ihm und dann hinter ihm geschossen. Aber immer wenn ich auf ihn direkt drauf ziele, nichts. Boah. Gibt mir eine Maus und eine Tastatur. Ja, er muss ja dämlich sein, auch mit einer Maus rumzuballern. Es sterbt doch mal einfach. So, das war der letzte von denen. Sehr gut. Keine mehr sich von der Seite annähernden. Ach nein. Uh, Schraube. Haben die es noch nicht begriffen? Oder denken die immer, ja, ich krieg den Max schon irgendwie Platz. Wir brauchen einfach nur noch mehr Leute, die wir sinnlos in den Tod schicken. So wirkt das ein bisschen. Ticket für den Max Payne Express. Der ist halt ein beliebter Express, der Max Payne Express. Ganz ehrlich. Der möchte nicht mehr im Max Payne Express fahren. Der ist halt schnell. Tödlich. Präzise. Stimmt uns nachdenklich. Verlockt kleine Kinder. Nein, tut er nicht. Komm schon, du duwe Kurve. Da sind so viele Leichen, dass man gar nicht mehr weiß, wer davon noch lebt. Wenn da jemand zu Boden fällt. Der dreht sich noch. Was mit denen? Oh, verdammt. Endstation. Komm schon, schwing dich da raus, Max. Wohohoho. Krasse Action, ey. Zwischen so zwei Säulen. Rumgesprungen. Ist echt nicht schlecht. Ey, in Bauchlage kriegen wir sie alle. Endstation. Und ich habe nur auf dem Board gewonnen. Ich musste, was ich konnte. Und sehen, was für mich erwartet war. So, ich nehme doch lieber das. Das ist ein bisschen präzider, das... Gute Ding hier. Kurz mal ein bisschen... Die Sachen hier einsammeln. Ja, wir gehen ja gleich raus. Wir gehen ja gleich raus. Wir gehen ja gleich raus. Wir brauchen aber noch ein bisschen die Muni. Vielleicht ist hier... Ah, gucke mal. Hätten wir fast vergessen. Jetzt haben wir alle goldenen Waffenteile. Sehr gut. Boah, das sieht richtig scheiße aus. Das sieht richtig scheiße aus. Und es ist zu früh in dem Tag, um zu Veränderung zu werden. Oh, Mann. Boah, sie haben die Nummern auf dieses Problem. Aber dann... Ich habe hier entschieden, zu sein. Ich wollte das. War es Reduktion? Nicht wirklich. Es war pathetische Desperation. Er sagt doch alles. Was soll ich denn noch dazu sagen? Er trifft den Nagel auf den Kopf. Je weiter in die ich bekam, je mehr Leute, die ich sah. Becker war nicht eine Polizeibewegung. Er war eine Armee. Diese Leute waren besser trainiert und besser vorbereitet, als jemanden, die ich hier gesehen habe. Und ich habe ein paar wunderschönen Mannen gesehen. Die Mission war schreitig, aber ich habe keine Scheiße gegeben. Zumindest sterbe ich, als ein Schmerz in der Arsch. Ja, vermasseln wir die Tour. Aber wer hätte geglaubt, dass sie so lange brauchen, um mit dem Flugzeug abzuhauen? Der hat doch Vorsprung. Sie sind oft in ihren rissen Kindergarten. Krass mutig, ey. Ich glaube, du hattest etwas zu mir zu sagen. Der Typ ist wohl ein Zwerg. Nein! 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 Oh Mann! Das ist glaube ich... so das... der letzte große Shootout. Glaub ich. nicht. So, komm schon. Geht runter... Geht runter... Geht runter... Geht runter... Geht runter... Komm schon! Äh... Was für ein... Was für ein... Fuck. Das war grad einfach nur Pech. Da hat mich... der Typ irgendwie erwischt, weil... die vorher standen... stand... stand da eigentlich auch niemand. Die kamen da gerade... wie Kai aus der Kiste einfach... Ach doch, da sind sie ja. Guck ich welche. Teufel. Komm schon. Mann... Egal was du drüber sagst... Oh Mann... Noch mehr... Puh... Das haben wir doch noch... geschafft irgendwie... Ja... in Deckung gehen... brauchst du nicht... oder wie? Ja... In Deckung gehen... Geh doch in Deckung! Geh doch in Deckung! Ab der Scheiße! Mann... Damn you! Damn you all! PENNER! Boah krass... Den hat's voll den Arm weggerissen... und das halbe Gesicht... Und jetzt sind wir wieder... da wo wir angefangen haben... beim Spiel... Das ist der richtige Anfang... und der Pummel noch... der Arm an dem Scheiß Schild! Krasse Scheiße! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Das ist das ganz klar! Ja... Komm mal wie du möchtest... über die Amerikaner... Aber wir verstehen... Kapitalismus! Du bislang einen Produkt... und du wirst die Verkauf... für das do... und diese Kasten hat Dollar... für einen不 ohne die Sensibilität zu wissen, dass das Recht von falsch zu wissen. Hier war ich, um diesen pooren Bastard zu erzeugen, wie ein Dime-Store-Angele von Todes, und ich wusste, dass sie richtig waren. Ich würde nicht wissen, dass das Recht von falsch zu wissen, wenn einer von ihnen die poor zu helfen würde, und der andere die meine Freundin schlägt. Oh, Granatenwerfer, jetzt gibt's noch mal die letzte Action hier in dem Spiel. Einige Karte, die in dem Spiel zu spielen sind. Geh mich zu nahe! Ja! Schau, es gibt ein ganzes Team von ihnen! Das ist Dorsa! Komm her! Komm her! Komm her! Ist das eine Flucht, die wir holen? Es wird nicht ausgehen, ohne uns! Wir nehmen Schmerz! Ja, ja, ja! Halt deine Flucht, Mann! Durch den Hubschrauber krieg ich auch ab... runter. Ab! Wir müssen schnell nachladen! Ich schieß ja! Komm schon! Jawollerwitz! Ich krieg euch alle, ihr miesen Ratte! Ich krieg euch alle, ihr miesen Ratte! Fuck! Leider nicht erwischt! Erwischt! Komm schon! Jetzt noch dich, du riesiges... Mieses... Oh! Die stehen noch! Wieder mit... SWAT Fahrzeugen! Yeah! Ha! Explosion! Jetzt kommt Frust! 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 Der ganze Frust muss raus! Frust! Geballere! Da ist er! Das miese Schwein! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Ja! Deine Reise ist zu Ende, Arschloch! Und jetzt genießt den letzten Moment unserer Reise mit Max! Nein! Stopp! Max! Wir haben jetzt was wir brauchen! Lass ihn ein Trial und ein Spell in der Präsenz! Lass ihn soffern! Trust me! Der Kampf! Nein! Mieses Schwein! Hahaha! Du weißt, ich gehe! Nein! Gehe! Mit einem Lipp! Ah! Pfff! Aber verdient! Aber trotzdem! Ah! Schmerzvoll! Das war's! Max Payne hat sein Redemption, seine Rache, seine Genugtuung endlich erhalten und hat was Gutes getan! Und jetzt ist er wo? Eine Woche später in Bah... äh... Bahia! Hä! Der ist Trucker geworden oder so! Sucht sich nach einem neuen Job um und da laufen Nachrichten, die NC! Gucken, was da passiert ist! Oh Mann! Oh Mann! Was ist da drin? Klamotten? Geld? Und ich dachte Geld! Aber das war's mit Max Payne 3! Ich verabschiede mich von euch! Es gibt noch den Abspann! Aber den könnt ihr euch dann separat nochmal antun! Das war's von mir! JMo sagt Cheerio! Und viel Spaß beim nächsten Spiel, was da kommen mag! Bye bye! Peace out! Bye! ARC Vielen Dank.